Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, in dem wir uns heute mal ANAV-Anflüge ein bisschen genauer anschauen wollen. In den letzten zwei Videos haben wir uns Anflüge mit Funkfeuern angeschaut, also mit NDBs und VORs. Bei ANAVs funktioniert das alles ein bisschen anders und genau das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen drei Arten. ANAVs, RNPs und RNP-AR-Anflüge. Wir fangen jetzt an mit den ANAVs. ANAV steht für Area Navigation und ist auch die Basis für die anderen Anflüge, die wir uns gleich noch anschauen werden. Ein ANAV-Anflug setzt sich immer aus verschiedenen Wegpunkten zusammen, die wir nacheinander abfliegen. Das jeweilige Verfahren gibt uns vor, wie wir von Punkt zu Punkt kommen und welche Höhe wir dabei haben müssen. Jeder Punkt ist mit seinen Koordinaten bei uns im Flugzeug hinterlegt und durch GPS oder ein anderes GNSS, also ein Global Navigation Satellite System weiß das Flugzeug seine Position und kann so GPS oder GNSS gestützt das Verfahren abfliegen. Diese Punkte sind immer durch eine gerade Verbindung miteinander gekoppelt. Wir fliegen also immer Point-to-Point mit einer Direktverbindung. Der nötige Sinkwinkel für den Anflug ist auch bei unserem Flugzeug hinterlegt. Man kann das ganze also relativ automatisiert abfliegen. Hier seht ihr mal als Beispiel den ANAV-GNSS Anflug auf die Bahn 34 auf Corfu. BDEX, Kilo Romeo 602, 601 und Kilo Romeo 600 sind unsere Wegpunkte, die wir dabei abfliegen. Und den Sinkflug haben wir in dem Fall mit 3 Grad ab dem Wegpunkt Kilo Romeo 600 vorgegeben. Hier seht ihr auch, die Punkte sind durch Geraden miteinander verbunden. Kurven fliegen wir nur über den Punkten selber. Und soviel erstmal zu den ANAVs. Mit dem Wissen schauen wir uns als nächstes jetzt die RNP Anflüge an. RNP steht für Required Navigation Performance und ist prinzipiell auch erstmal ein ANAV, hat aber auch ein paar wichtige Unterschiede. Auch der RNP ist GPS gestützt, aber wir können die Punkte nicht nur mit einer Direktverbindung abfliegen, sondern können auch Kurven dazwischen machen. Zudem überwacht unser Flugzeug dauerhaft, ob wir da wo wir sind überhaupt sein dürfen und wie weit wir vom vorhergesehenen Pfad gerade abweichen. Sollte die Abweichung zu groß sein, können wir den Anflug dann nicht fliegen und müssen uns was anderes überlegen. Das ganze haben wir bei einem ANAV nicht. Da haben wir also keine dauerhafte Überprüfung durch das Flugzeug, das schaut, ob wir uns noch im festgelegten Bereich bewegen oder nicht. Vielleicht begegnet euch auch mal die Formulierung RNP 0,3 oder RNP 0,1. Das meint dann genau das. Also die maximale Abweichung, die wir haben dürfen, sprich 0,3 oder 0,1 nautische Meiler-Abweichungen sind dann während des Anfluges erlaubt. Um einen RNP fliegen zu dürfen, muss das Flugzeug dafür zugelassen sein, man kann sie also nicht mit jedem Flieger abfliegen. Hier mal ein Beispiel für so einen RNP, in dem Fall auf die Bahn 19 rechts in Vegas. Ihr seht wieder die verschiedenen Punkte, die aber auch hier durch Kurven miteinander verbunden sind, anders als beim ANAV eben. Ich fasse also nochmal zusammen. Beide Anflüge sind GPS oder GNSS gestützt und wir fliegen dabei verschiedene Punkte ab. Bei einem ANAV fliegen wir immer nur gerade Verbindungen und das Flugzeug überwacht das Ganze nicht. Beim RNP dagegen können wir auch Kurven fliegen und das Flugzeug überwacht ständig, wo wir sind und ob wir da auch sein dürfen. Als drittes schauen wir uns jetzt noch die RNP AR Anflüge an, bevor wir dann an die Praxis gehen. Das AR in RNP AR steht für Authorization Required und auch für solche Anflüge müssen Crew und Flugzeug speziell zugelassen sein. Hier mal eine kleine Übersicht, was unser Flugzeug alles können muss. Für die, die es interessiert, einfach mal kurz pausieren. Ein RNP AR ist aber auch grundsätzlich ein RNP, nur dass wir solche Anflüge meistens in schwierigen Gelände finden, da wo wir also Hindernisse im Anflugsektor zu erwarten haben und deshalb nicht direkt auf die Bahn anfliegen können. Technisch funktioniert der RNP AR aber quasi genau gleich zum RNP. Wir fliegen also wieder verschiedene Punkte ab, meistens mit Kurven dazwischen und auch hier checkt das Flugzeug wieder alles gegen. Als Beispiel hier mal der RNP AR Anflug auf die Bahn 05 auf Madeira. Wir fliegen die Punkte mit den Kurven ab und fliegen dabei auch relativ dicht an das Gelände ran. Deshalb ist das hier auch ein RNP AR Anflug. Das würde bei einem normalen RNP nicht funktionieren aufgrund der Hindernisfreiheit, die ja dauerhaft während des Anflugs gegeben sein muss. Beim RNP AR sind die Vorgaben dagegen etwas lockerer, sodass wir auch dichter ans Gelände fliegen dürfen. Dafür sind die Crews dann ja auch speziell geschult. Soviel erstmal jetzt zu den drei verschiedenen ANAVs und RNPs. All diese Anflüge stehen unter dem Dach der sogenannten PBN, der Performance Based Navigation. Diese Performance Based Navigation legt die Richtlinien für diese Art von Anflügen fest, vor allem vor dem Hintergrund der Effizienzsteigerung. Man möchte also weg von den klassischen Funkfeuern und mehr hin zu GPS gestützter Navigation gehen. So sind Anflüge dann nicht nur kostengünstiger, weil man sich die Wartung für die Funkanlagen spart, sondern man kann auch direkter anfliegen und damit letztlich Sprit sparen oder, wenn es nötig ist, auch kurvige Anflüge, zum Beispiel wegen Hindernissen fliegen. Man ist also einfach gesagt deutlich flexibler, was die Gestaltung von An- und Abflugverfahren angeht. Jetzt hat vor ein paar Jahren die ICAO, die internationale Zivil-Luftfahrtorganisation, beschlossen, im Laufe der nächsten Jahre Stück für Stück alle ANAVs in RNP-Anflüge umzuwandeln. Das heißt, irgendwann wird es nur noch RNPs statt ANAVs geben, einfach weil die RNPs nochmal mehr Möglichkeiten bieten und halt auch nochmal zuverlässiger sind, alleine schon dadurch, dass unser Flugzeug ja die ganze Zeit alles gegencheckt. Diese Umstellung läuft noch, daher heißen die Anflüge auch immer anders. Mal RNAV GPS, mal RNAV GNSS, mal RNP GPS und so weiter. Auch das wird irgendwann dann mehr vereinheitlicht. Allerdings hat ein RNP auch immer Limitationen und Dinge, auf die man besonders achten muss. Zum einen sind manche Anflüge temperaturlimitiert, das heißt, wir dürfen nur bis zu bestimmten Temperaturen landen oder nur mit höheren Minima landen. Ihr kennt vielleicht den Spruch, im Winter sind die Berge höher. Das liegt daran, dass sich kalte Luft mehr zusammenzieht als warme Luft. Dadurch ist unsere tatsächliche Höhe bei kaltem Wetter niedriger als bei warmem Wetter, daher auch die Limitationen. So was finden wir zum Beispiel in Hamburg. Da dürfen wir beim RNP auf die Piste 05 nur das Wienerf Minimum benutzen, wenn es wärmer ist als minus 15 Grad Celsius. Zu dem Minima kommen wir gleich nochmal genauer. Zum anderen ist es aber auch extrem wichtig, den richtigen Luftdruck einzustellen, weil davon ist abhängig, welche Höhe das Flugzeug fliegt. Wir haben ja nicht wie bei einem ILS oder so ein Signal, das druckunabhängig ist, sondern beim RNAV berechnet unser Flugzeug den nötigen Sinkpfad selbst. Wenn unser QNH zum Beispiel zu hoch eingestellt ist, dann würden wir den Anflug zu niedrig abfliegen. Da gab es auch schon wirklich knappe Zwischenfälle mit. Deswegen bestätigt man auch immer beim Tower im Anflug nochmal das aktuelle QNH. Je nach Anflug haben wir dann unterschiedliche Minima, je nachdem mit welcher Unterstützung wir anfliegen. Wenn wir nur das LNAV, also die laterale Navigation nutzen, müssen wir das LNAV Minimum nehmen. Nutzen wir auch die vertikale Navigation, dann können wir das niedrigere LNAV VNAV Minimum nehmen. Oder wenn unser Flugzeug und wir das können und dürfen, gibt es auch noch ein niedrigeres LPV Minimum. LPV steht für Localizer Performance with Vertical Guidance, wird aber von den meisten Airlines noch nicht genutzt. Wir nutzen also meistens das LNAV VNAV, sofern es geht, oder halt das LNAV Minimum. Jetzt aber wirklich genug Theorie. Ich weiß, es war jetzt sehr viel, aber es ist halt wichtig, diese Basics einmal verstanden zu haben. Nun können wir uns das Ganze einmal am Beispiel in verschiedenen Flugzeugen anschauen. Wie schon zuvor fangen wir mit der 737 an und danach folgen noch die ATR, sowie der 310 und der 320. Den Anflug wählen wir in der 737 aus. Der kann dabei als ANAV, R&P oder sowas in der Art hinterlegt sein. Und wenn wir ihn ausgewählt haben, vergleichen wir wieder alle Wegpunkte mit der Karte, die wir uns jetzt auch mal genauer anschauen. Unser Beispiel ist heute der R&P Yankee auf die Bahn 28 in Bergamo. Dabei fliegen wir die Wegpunkte Tixum, Lasav und so weiter mit den vorgegebenen Höhen und Geschwindigkeiten ab. Unter Punkt MikeEcho541 starten wir dann den Sinkflug aus 3500 Fuß mit einem 3 Grad Sinkprofil. Als Minima haben wir ein LNAV Minimum und ein LNAV VNAV Minimum, je nachdem wie wir das Ganze abfliegen. Sollten wir durchstarten müssen, fliegen wir auch wieder hier verschiedene Punkte ab. Zu einem ANAV und R&P gehört auch immer ein ANAV und R&P Missed Approach. Wir fliegen also keine Radiale oder ähnliches während dem Fehlanflugverfahren ab. Für den Anflug brauchen wir einen GNSS. Das hat unser Flugzeug auch, ansonsten dürfen wir den Anflug nicht fliegen. Dann findet ihr hier in der Tabelle noch die Checkhöhen für den Anflug. Hier ist der Referenzpunkt für die Entfernungen die Schwelle unserer Landebahn 28. Es muss aber nicht immer die Schwelle sein, es könnte auch ein anderer ANAV-Punkt sein, wie zum Beispiel hier in der gleichen Karte nur von einem anderen Anbieter. Da ist der Referenzpunkt der Missed Approach Point, also MikeEcho542. Wir überprüfen im Anflug dann unser QNH, dass wir wirklich wieder die richtigen Höhen einhalten und abfliegen können wir das Ganze dann entweder mit LNAV und Vertical Speed, dann dürfen wir aber auch nur das LNAV-Minimum nehmen oder wir fliegen es mit LNAV und VNAV ab, dann können wir auch das niedrigere Minimum wählen. Das Einzige, was wir dann machen müssen, ist wieder die Höhe im MCP mit runter zu drehen. Oder wenn es das Flugzeug verbaut hat, können wir auch wieder das I nutzen, das habe ich ja beim BOA-Video schon mal gezeigt. Dazu einfach im Autopiloten kurz vor MikeEcho541 den Approach-Modus aktivieren und schon fliegen wir alles automatisiert fast wie ein ILS ab. Die Höhen können wir wieder mit der Tabelle vergleichen und da es ja ein RMP ist, checkt das Flugzeug gegen, ob wir alles innerhalb der Toleranzen abfliegen. Um die Höhen abzugleichen, können wir jetzt hier den Referenzpunkt aus der Lex-Page übernehmen, das Ganze einmal auf die Fix-Seite kopieren und dann dort die Radien bzw. Kreise um den Punkt ziehen im Abstand jeweils von einer Meile. Dann wissen wir durch die Tabelle beim ersten Kreis, mit dem 10 Meilen Radius brauchen wir 4000 Fuß, beim zweiten Kreis bei 9 Meilen brauchen wir noch 3680 Fuß und so weiter. Und mehr braucht es auch gar nicht so einfach bis zum Minimum runterfliegen und dann nach Sicht landen und schon habt ihr es geschafft. Mit der 737 können wir übrigens auch alle drei Arten von Anflügen abfliegen, also sowohl ANAVs, RNPs als auch RNP-AR-Anflüge. Als nächstes geht es weiter in der ATR 72 bzw. 42. Auch hier können wir ANAVs, RNPs und RNP-ARs entweder mit NAV und Vertical Speed oder mit NAV und VINAV fliegen. Dann fliegt das Flugzeug das vorgegebene Profil ab, wenn wir unsere Höhe mit runterdrehen. Wichtig ist auch hier, dass wir neben der Automatisierung auch wieder alles gegenchecken und gegebenenfalls eingreifen. Um die Höhen mit der Entfernung gegenzuprüfen, können wir hier auf der Progress-Seite die Distanz zum Flughafen ablesen und mit unserer Tabelle vergleichen. Je nach Anflugart nutzen wir dann das LNAV oder das VINAV Minimum, bevor wir spätestens dort dann wieder von Hand weiterfliegen. Es geht in der ATR also fast wie in der 737, nur halt ohne die Möglichkeit mit dem IAN. Im A310 sind wir da schon limitierter, zumindest im INIBILDS A310. Damit können wir nämlich nur ANAVs, also gerade Verbindungen zwischen Punkten abfliegen und keine Kurven. Das ist zwar bei dem Anflug hier kein Problem, aber bei kurvigen RNPs und RNP-AR-Anflügen können wir sie einfach nicht mit der nötigen Genauigkeit abfliegen. Ansonsten funktionieren ANAVs aber wieder auf zwei Wegen, entweder mit NAV und Vertical Speed oder mit NAV und Profile. In jedem Fall aktivieren wir in der MCDU Final 3.0 und drehen den SYNC-Pfad auch hier oben einmal ein. Und auf der Progress-Seite können wir wieder unseren Referenzpunkt für die Höhen eingeben und dann hier die Entfernungen ablesen. Dann am Final Approach Point entweder mit Vertical Speed die SYNC-Rate einstellen oder kurz vor dem Punkt den Profile Knopf drücken. Wenn ihr den Profile Knopf nutzt, ist es aber wichtig, dass ihr zu dem Zeitpunkt schon auf der richtigen Höhe seid und der Altitude Hold Modus aktiv ist. Weil erst dann können wir den Profile Mode armen und sehen dann das auch hier im FMA. Und dann sinkt unser Flugzeug mit dem Profil in Richtung Bahn bis zum Minimum. Wir können im A310 also nur gerade ANAVs vernünftig fliegen, aber die Art des Abfliegens ist ähnlich zu den anderen Fliegern. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die verschiedenen Möglichkeiten im A320 an. Der kann im Gegensatz zum A310 auch RMPs und RMP AR an Flüge fliegen. Den Referenzpunkt, die Runway 2.8 in Bergamo, hinterlegen wir wieder auf der Progress-Seite, um die Distanz abzulesen. Und wir checken hier auch einmal die NAV-Genauigkeit. Unser GPS ist auf 0,03 nautische Meilen genau, also genau genug. Hier können wir den benötigten Wert übrigens auch anpassen, von RMP 0,3 auf was anderes zum Beispiel. Dann können wir bei einem nur LNAV-Minimum mit NAV und FPA sinken. Dafür einfach hier von Heading Vertical Speed auf Track FPA umstellen und die 3 Grad hier eindringen. Dann einfach bei MyEcho 541 am FPA Knopf ziehen und der Flieger fängt an zu sinken. Oder wir nutzen einfach den Approach Mode, den wir dann wieder kurz vor dem Sinkpunkt aktivieren. Dann fliegt der 320 entweder im Final Approach Modus den Anflug ab. Oder wenn wir einen FLS haben, fliegt er es mit FGlide Slope und FLOG Modus ab. Wichtig ist auch immer die Approach Phase vorher zu aktivieren, weil das geht nur bei einem ILS automatisch. Aber Achtung, bei ANAV RMPs und RMP ARs müssen wir den Approach Knopf benutzen. Bei nur RMPs, so wie hier in Bergamo oder bei ANAV GPS bzw. ANAV GNSS Anflügen hat man hingegen die Wahl. Wichtig ist also genau in die Karten zu schauen, was für ein Anflug das gerade ist. Dann bis zum Minimum alles kontrollieren und dann von Hand weiterfliegen oder durchstarten. Und das war es auch schon. Mehr braucht man nicht, auch wieder eh nicht zu den anderen Flugzeugen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Auch wenn es diesmal etwas technischer war, ist es aber wichtig, den Unterschied zwischen den Anflügen zu verstehen. Wenn noch Fragen offen sind, gerne in die Kommentare schreiben und auch Like, Abo und Glocke nicht vergessen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Nachfliegen und habt natürlich wie immer Always Happy Landings.